Hallo zusammen, ich bin Stefan von Fahrradbeleuchtung Info und heute zeige ich euch mal die Busch & Müller X-On Space. Das ist nicht unbedingt eine top aktuelle Neuheit. Die Lampe gibt es, soweit ich das gesehen habe, seit 2018. Aber trotzdem finde ich die auch heute, 2024, noch eine sehr interessante Lampe. Ich zeige euch heute mal, was die X-On Space so kann und insbesondere werde ich sie auch mit einigen anderen Lampen vergleichen, die eventuell eine Alternative sein könnten, sodass ihr schauen könnt, ob die X-On Space die richtige Lampe für euch ist oder ob ihr lieber irgendeiner anderen Lampe den Vorzug gibt. Ich fange erstmal damit an, euch die Lampe mal zu zeigen, wie sie so aussieht, wie man sie bedient. Einfach damit ihr kurz den Eindruck habt. Das Gehäuse besteht hier so aus so einer Aluminium-Kunststoff-Kombination. Insgesamt ist die Lampe doch eher schwer und ein bisschen groß. Ist natürlich immer relativ, aber wenn man sie mit so einigen anderen Lampen vergleicht, ist es nicht unbedingt die kleinste Lampe. Ist jetzt echt nicht dramatisch, also übermäßig groß ist sie auch nicht. Aber wer jetzt auf der Suche nach einer schönen kleinen leichten Lampe ist, für den ist die X-On Space sicher nicht das Richtige. Die Lampe hat oben hier ihren Einschalter. Da drückt er lange drauf. Damit schaltet er die Lampe ein. Die Leuchtstufe könnt ihr dann verstellen, indem er hier auf so einem Slider auf der richtigen Stelle drauf drückt. Also die Lampe hat acht Leuchtstufen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Man trifft jetzt nicht unbedingt immer perfekt genau die Stufe, die man haben möchte. Aber das ist bei acht Stufen vielleicht auch nicht so wichtig. Funktioniert aber auch mit Handschuhen sogar noch ganz gut eigentlich. Also insgesamt denke ich durchaus ein ganz solides Bedienungssystem. Vorne auf der Lampe habt ihr dann auch noch ein Display. Da kriegt er eins von drei Werten angezeigt. Umschalten könnt ihr diesen Wert mit einem kurzen Druck auf den Einschalter. Da könnt ihr dann anzeigen, entweder den aktuellen Akkuladestand in Prozent, die Restlaufzeit der Lampe in Stunden, Minuten. Also je nachdem, welche Leuchtstufe ihr hier ausgewählt habt, zeigt er euch die geschätzte Restlaufzeit in der aktuell gewählten Stufe an. Und das dritte ist die Uhrzeit. Hier solltet ihr allerdings bedenken, dass die angezeigte Uhrzeit sich relativ schnell verstellt. Also wenn ihr da nach einigen Wochen habt ihr da in der Regel schon einige Minuten falsche Zeit, müsst ihr also wieder neu einstellen. Ist ein bisschen nervig, also für wen die Anzeige der Uhrzeit hier ein entscheidendes Kaufkriterium ist, der wird da sicher ein bisschen enttäuscht sein. Ja, ausschalten könnt ihr dann wieder mit langem Druck auf den Taster. Wenn die Lampe aus ist, könnt ihr auch kurz auf den Taster drücken, dann kriegt ihr den Akkuladestand in Prozent kurz angezeigt. Ist ganz praktisch, müsst ihr die Lampe nicht erst einschalten dafür. Ja, das hier ist die Halterung der Lampe. Da habt ihr zuerst hier so eine Art Gummiring, den ihr um den Lenker legt. Dann nehmt ihr die Halterung, setzt die da drauf, also diese beiden Halterungsarme dort rundherum. und macht dann diese Schraube, die hier drin ist, über die beiden Halterungsarme und schraubt das Ganze dann fest. Ihr habt hier zwei Schrauben dabei, eine kurze, eine lange. Problem ist ein bisschen, bei Lenkern mit einem großen Durchmesser funktioniert es leider nicht gut. Der Halter hier, der funktioniert so für 22 bis 25 Millimeter oder so, funktioniert da super. Bei Lenkern mit 31,8 Millimeter Durchmesser, die heute relativ üblich sind, funktioniert das Ganze so. Ja, funktioniert, ist in Ordnung, aber diese beiden Halterungsarme sind schon relativ weit auseinander. Aber bei 35 Millimeter Durchmesser, ich habe jetzt selber keinen passenden Lenker da, aber würde ich sagen, ist das Ganze nicht mehr so richtig okay. Ansonsten, wenn man jetzt keinen 35 Millimeter Lenker hat, hält das Ganze aber eigentlich recht gut. Ist nicht unbedingt bombenfest wie eine geschraubte Halterung. Da haben diese werkzeuglos anbringbaren Halterungen einfach auch gewisse Nachteile. Dafür braucht man halt keinen Schraubenzieher, für ihn das wichtiger ist. Wenn ihr die am Lenker habt, setzt ihr die Lampe hier von oben ein, drückt sie rein und die wird dann verriegelt. Um sie wieder rauszunehmen, dreht ihr diesen Bajonettverschluss hier im Uhrzeigersinn und könnt die Lampe dann wieder entnehmen. Manchmal wird die Halterung hier von einigen so als ein bisschen fummelig kritisiert. Ist sicher nicht ganz falsch, also je nachdem, wenn dieser Bajonettring hier oben in der falschen Stellung ist, dann könnt ihr die Lampe halt nicht reindrücken. Also dreht den einfach locker nach rechts, soweit es geht, dann drückt sie rein. Ich finde, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ist vielleicht nicht das perfekte System. Ich kenne da ein paar, die ich eigentlich noch ein bisschen besser finde. Aber ehrlich gesagt, finde ich auch eine ganze Menge, die ich schlechter finde. Also ich denke, das ist hier doch ein ganz passabel funktionierendes System eigentlich. Wer die Halterung hier nicht verwenden will, es gibt seit einiger Zeit von Busch & Müller auch eine Halterung, mit der man die Lampe dann unterm Lenker montieren kann. Da wird dann so eine Art Gummi hier rundherum gelegt. Und dann hat man oben eine GoPro-Halterung oder es gibt auch eine Variante, wo man dann einen Halter an den Lenker schraubt und die Lampe dann über Kopf da unten dran. Diese neuen Halterungen habe ich noch nicht ausprobiert. Die gibt es, kann man sich extra dazu kaufen. Kann ich jetzt nicht genau sagen, ob die gut funktionieren. Aber es scheint nochmal eine Alternativmöglichkeit zu sein. Nachladen könnt ihr die Ixon Space, indem ihr hier diese Abdeckung hinten an der Lampe aufmacht. Die ist dann auch an der Lampe fest, dass ihr sie nicht verlieren könnt. Und die verdeckt dann eben den Ladeanschluss. Der Ladeanschluss ist leider aufgrund des Alters der Lampe ein Micro-USB-Anschluss, der heute nicht mehr so gebräuchlich ist und nicht so robust, aber ja, funktioniert. Bei der Ixon Space wird ein Netzteil mitgeliefert, ist das hier. Und leider habe ich festgestellt, dass man halbwegs schnell nur hier mit dem Original-Netzteil laden kann. Mit dem kann man nämlich mit ungefähr 1 Ampere Ladestrom laden. Kriegt den Akku so in rund 5 Stunden voll. Mit anderen Netzteilen habe ich leider eine ganze Menge ausprobiert. Habe ich immer nur mit 500 mA laden können. Und da kommt man dann auf eine Ladezeit von ungefähr 10 Stunden. Ist ein bisschen ungünstig. Gut, wenn man die Zeit hat und über Nacht lädt, nicht so schlimm. Aber wenn man mal schnell nachladen will, sicher keine gute Sache. Nachladen lässt sich die Ixon Space übrigens auch im Betrieb. Das heißt, ihr könnt sie anschalten und dann ein Ladekabel anstecken. Das ist sicherlich vor allem interessant, wenn ihr eine Powerbank nehmt, also so einen externen Akku, mit dem ihr die Lampe dann unterwegs nachladen könnt. Könnt ihr also leuchtend am Denker haben und dabei nachladen. Eine Powerbank ist natürlich auch nicht das Original-Netzteil, also nur 500 mA Ladestrom. Das sorgt dann dafür, dass er bis Leuchtstufe 4 von 8, den der Ladestand nicht sinkt. In der Stufe 5 von 8, da sinkt er dann ganz langsam. Ja, da habt ihr dann praktisch eigentlich im Prinzip eine unbegrenzte oder fast unbegrenzte Laufzeit in Stufe 5. Aber ja, Stufe 6 und höher ist dann wirklich nicht mehr unbegrenzt. Aber auch da könnt ihr die Laufzeit mit einer Powerbank deutlich verlängern. Ja, was die Exxon Space auch noch hat, ist eine Powerbank-Funktion. Das heißt, ihr könnt die Exxon Space selber als Powerbank benutzen, könnt die also nutzen, um euer Smartphone oder was auch immer aufzuladen. Allerdings muss ich sagen, finde ich diese Powerbank-Funktion nicht übermäßig praktisch, weil man muss halt immer hier dieses spezielle Ladekabel, was mitgeliefert wird, dabei haben. Das geht dann halt von Micro-USB, was die Buchse halt hinten ist, auf eine USB-A-Buchse und in die steckt ihr dann euer Ladekabel fürs Handy ein. Ja, man muss halt dann immer extra dieses Ladekabel dabei haben, um diese Notfunktion hier überhaupt nutzen zu können. Und ja, wenn ihr daran denkt, dann denkt vielleicht lieber dran, dass ihr irgendeine kleine Powerbank mitnehmt, weil ich meine, die Kapazität der Lampe hier ist jetzt nicht so groß, dass ihr da wirklich immer schön leuchten könnt und gleichzeitig auch noch euer Handy nachladen und das für alles reicht. So ist es halt auch nicht. Es ist halt dann doch nicht mehr als eine Notfunktion und insofern, ich finde es nicht wahnsinnig praktisch. Aber macht nichts, muss man ja nicht nutzen, wenn man nicht will. Wenn ihr diese Powerbank-Funktion hier praktischer findet als ich, vielleicht mache ich hier auch einen Denkfehler, dann schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. So, jetzt zeige ich euch mal ein paar Messwerte. Der Hersteller, der gibt die Beleuchtungsstärke der Exxon Space mit 150 Lux an. Ich finde den Wert der Beleuchtungsstärke immer nicht so aussagekräftig. Der gibt halt nur den hellsten Punkt des Lichtkegels in 10 Meter Entfernung an. Ob ein Lichtkegels breit ist oder nicht, darüber trifft er keine Aussagekraft. Mich interessiert eigentlich immer mehr, wie viel Licht so eine Lampe insgesamt erzeugt. Und das gibt ja Lichtstrom gemessen in Lumen an. Und den messe ich ja immer selber mit einer selbstgebauten Ulbrichtkugel. Den Wert habe ich mal für alle Leuchtstufen jeweils im Zeitverlauf über die gesamte Akkulaufzeit gemessen. Da seht ihr hier so ein schönes Diagramm, seht ihr dann, wie viel Lumen in welcher Stufe erzeugt werden, wie der Verlauf so ist, wie lang die Akkulaufzeit ist. Das Diagramm, das findet ihr übrigens auch auf meiner Webseite im entsprechenden Testbericht, wenn ihr es euch nochmal in Ruhe angucken wollt. Den Link, den packe ich euch in die Videobeschreibung. Was man hier auf alle Fälle sieht, ist eben auch der Lumenwert in der höchsten Stufe. Das sind so um die 450 Lumen. Fällt dann so ein bisschen der Wert und pendelt sich dann ein bisschen niedriger ein. Das kommt durch die Erwärmung der LED zustande. Ist relativ normal bei stärkeren Fahrradlampen. Wie viel 450 Lumen sind, das sagt jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt jedem was. Und deswegen ist natürlich auf jeden Fall ein Vergleich sinnvoll. Und da seht ihr hier mal ein Diagramm von allen Akkufahrradlampen mit STVZO-Zulassung, die ich bisher gemessen habe. Und da sieht man, die X-On Space, die liegt doch ziemlich weit vorne, was den Lichtstrom angeht. Natürlich gibt es auch noch zugelassene Akkulampen, die deutlich mehr Licht erzeugen. Die haben dann aber in der Regel ein externes Akkupack und spielen damit, denke ich, in einer ganz anderen Liga. Ja, viel Licht ist auf jeden Fall schon mal schön. Aber wichtig ist es natürlich auch, wie das Licht verteilt wird. Und um das zu zeigen, mache ich ja immer für alle Lampen, die ich teste, ein Ausleuchtungsfoto unter gleichen Bedingungen. Das heißt, ich nehme immer die gleiche Stelle. Hier seht ihr es immer bei Tag. Und mache dann ein Foto der Ausleuchtung mit immer den gleichen Kameraeinstellungen. Und hier seht ihr das Foto der Ausleuchtung der X-On Space. Mir gefällt die Ausleuchtung wirklich gut. Zum einen mal, weil sie relativ hell ist. Also wenn man die Helligkeit der ausgeleuchteten Fläche mit vielen anderen Lampen vergleicht, ist sie doch relativ hoch. Auch einigermaßen breit ist die Ausleuchtung und auch durchaus recht gleichmäßig. Nicht perfekt gleichmäßig, also man hat hier zwischen dem vorderen und dem hinteren Teil nach links und rechts solche etwas dunkleren Streifen. Ist nicht perfekt, aber wenn man das mal mit anderen Lampen vergleicht, da gibt es eine ganze Menge Lampen, die deutlich ungleichmäßiger ausleuchten. Was die X-On Space auch gut macht, ist die Verteilung zwischen vorderen Bereich und hinteren Bereich. Es gibt eine ganze Menge Fahrradlampen, die zu viel Licht nach vorne werfen und zu wenig Licht in den Fernbereich. Nicht so bei der X-On Space. Bei der nimmt die Helligkeit im Fernbereich nicht zu stark ab, sondern ist da immer noch relativ hell, sodass man auch eine gute Fernsicht hat. Auch der Nahbereich ist relativ gut ausgeleuchtet bei der X-On Space. Wird nach vorne ein bisschen schmaler und ist dann hier so ein bisschen abgeschnitten. Aber außerhalb von dem Bereich fällt in den Nahbereich auch noch eine ganze Menge Streulicht. Also damit kommt man eigentlich recht gut klar. So, aber jetzt ist die Frage, okay, die X-On Space mag eine gute Lampe sein, aber gibt es denn bessere Alternativen? Sollte man die kaufen oder lieber doch was anderes? Und da zeige ich euch jetzt mal ein paar Alternativen. Ja, was meine ich jetzt mit Alternative? Also klar, irgendeine Premium-Lampe für mehrere hundert Euro, die viel, viel besser ausleuchtet als die X-On Space, die ist natürlich auch irgendwie eine Alternative. Aber wenn du dich jetzt mit der X-On Space beschäftigst, dann gehe ich mal davon aus, dass du das eher nicht in Betracht ziehst, sondern dass der Preis von der X-On Space, aktuell gibt es die für so grob 140 Euro an verschiedenen Stellen zu kaufen. Und deswegen würde ich sagen, ist eine Alternative entweder eine Lampe, die günstiger ist, aber nicht viel schlechter als die X-On Space oder eine Lampe, die gleich teuer ist und wenigstens genauso gut oder eine Lampe, die vielleicht ein bisschen teurer ist und besser als die X-On Space. Und da habe ich hier mal ein paar rausgesucht, die hier potenzielle Kandidaten vielleicht sein könnten oder wo zumindest der eine oder andere denken könnte, dass das Kandidaten sein könnten. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie die sich unterscheiden, wie sich die Ausleuchtung unterscheidet und ob das wirklich Alternativen sind. Ich fange mal bei einer anderen Lampe von Busch & Müller an, die X-On Rock. Das ist die Lampe, die hier preismäßig unter der X-On Space eingeordnet ist. Die ist deutlich günstiger, die kostet nur so um die 65 Euro. Und jetzt ist die Frage, wie viel schlechter ist die? Ihr seht hier mal die Ausleuchtung der X-On Rock und hier der X-On Space. Und ich denke, das wird relativ schnell klar, dass das doch ein durchaus recht großer Unterschied ist. Und das fällt mir auch in der Praxis immer wieder auf. Also die X-On Rock, ja, das ist durchaus eine brauchbare Lampe. Aber die X-On Space, die leuchtet eben doch deutlich heller aus. Man kann dadurch viele Sachen besser erkennen, leuchtet gleichzeitig auch breiter aus. Auch an den Lumenwerten sieht man das ganz gut. Die X-On Rock ungefähr 230 Lumen, die X-On Space 450, also fast das Doppelte. Das ist durchaus kein kleiner Unterschied. Also insofern würde ich sagen, die X-On Rock ist, wenn man eine halbwegs gute Ausleuchtung auf dem Niveau der X-On Space haben will, nicht so richtig eine Alternative. So, dann habe ich nochmal geschaut, was gibt es denn so für Lampen, die viel Lumen erzeugen. Denn ja, Lumen sind nicht alles, Lichtverteilung ist auch wichtig. Aber ganz ehrlich, wenn die X-On Space hier 450 Lumen erzeugt, dann wird eine Lampe, die irgendwie halb so viel erzeugt, auch mit einer guten Lichtverteilung, einfach an die nicht rankommen. Also mal geschaut, was es so gibt. Hier gibt es zwei Lampen von NOC. Das ist die Blinder 80 und die Blinder 120. Die sind im Prinzip identisch, sehen gleich aus, haben auch den gleichen Akku mit der gleichen Kapazität drin. Der Unterschied ist die maximale Helligkeit der beiden Lampen und also auch der Lumenwert, den sie erzeugen. Der ist bei der Blinder 120 ein bisschen höher. Die erzeugt um die 700 Lumen. Die Blinder 80 erzeugt nur 500 Lumen. Aber das sind auf alle Fälle schon die Blinder 80, erzeugt einen etwas höheren Lumenwert als die X-On Space. Die Blinder 120 ist noch ein Stück drüber. Und das bei einem Preis der Lampen, der deutlich unter der X-On Space liegt. So, dann gucken wir uns mal die Ausleuchtung an. Hier ist die Blinder 80, hier die Blinder 120. Fällt eigentlich echt kaum auf der Unterschied. Und genau das ist mir auch in der Praxis aufgefallen. So einen großen Unterschied macht das nicht. Ist die Ausleuchtung der Blinder 80 oder Blinder 120 jetzt besser als von der X-On Space? Und da würde ich ziemlich klar Nein sagen. Zum einen ist es mal die Breite der Ausleuchtung. Die ist eben ein bisschen schmaler als bei der X-On Space. Aber gut, das muss jetzt nicht unbedingt das Schlimme sein. Nicht für jeden Zweck braucht man eine breite Ausleuchtung. Die Lampen hier, ja, sagen wir mal suboptimal. Erstens mal hat man halt eine relativ ungleichmäßige Ausleuchtung. Also man hat hier von vorne nach hinten, da hat man so einen Sprung in der Helligkeit drin. Was auch nicht so gut ist, dass man vorne eine sehr hohe Helligkeit hat im Nahbereich und die nach hinten dann relativ stark abnimmt. Das ist bei der X-On Space echt besser gelöst. Ich meine, ich will die Lampen von Nokia jetzt hier nicht schlecht machen. Ehrlich gesagt bin ich ein großer Fan von denen. Weil das sind eben einfach mal Lampen für einen relativ moderaten Preis, die richtig viel Licht erzeugen. Und man kann, ich finde, man sieht wirklich gut mit denen. Aber wenn man es eben mal mit der X-On Space vergleicht, ja, die mag ein bisschen weniger Licht erzeugen. Aber die verteilt das eben so viel besser als die Lampen von Nokia, dass ich finde, dass man damit schon eindeutig eine bessere Ausleuchtung hat. Also ich denke, die Lampen von Nokia sind keine schlechte Sache. Aber in meinen Augen haben die eben auch ein paar Nachteile in der Lichtverteilung. Und die konkurrieren eher mit so Lampen wie der X-On Rock zum Beispiel, die das Licht auch relativ gut verteilt, aber viel weniger Licht erzeugt als die Lampen von Nokia. Dazu sind sie, denke ich, eine gute Alternative. Zur X-On Space denke ich eher nicht. So, dann haben wir von CatEye hier die GVOLT 100. Die erzeugt laut meiner Messung ungefähr 330 Lumen, also schon ein Stück weniger als die 450 Lumen der X-On Space. Aber gut, ist jetzt auch nicht so viel krass weniger. Die Lichtverteilung allerdings, schauen wir mal hier. Die ist eben im Fernbereich so richtig schön breit. Mal im Vergleich dazu nochmal die X-On Space. Auch die leuchtet halbwegs breit aus, aber die GVOLT 100, die leuchtet im Fernbereich nochmal breiter aus. Das ist an sich erstmal eine schöne Sache. Aber wenn man mal im Nahfeld schaut, finde ich die Ausleuchtung hier von der GVOLT 100 echt nicht so schön. Da fehlt einfach eine ganze Menge Licht. Da muss man halt schauen, findet man das jetzt wirklich schlimm. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, die GVOLT 100, die kostet halt aktuell so um die 80 Euro. Also doch ein ganzes Stück günstiger als die X-On Space. Aber trotzdem so richtig überzeugend tut mich die Ausleuchtung nicht. Ist sicher für den Preis keine schlechte Sache. Aber eine Alternative zur X-On Space ist sie in meinen Augen auch nicht. So, dann haben wir von Design hier die, Moment, wie heißt die nochmal? Bei Design komme ich mit den Namen immer ein bisschen durcheinander. Die Lite Pro 115. Beziehungsweise es gibt noch eine andere Variante davon. Die heißt dann Power Pro 115 Plus. Die sieht fast identisch aus. Hat zusätzlich noch so ein paar Kühlrippen oben drauf. Und hat aber einen Akku drin, der doppelt so groß ist. Lichtverteilung ist genauso. Erzeugen tut die 300 Lumen. Also auch ein ganzes Stück weniger als die X-On Space. Ist aber auch ein ganzes Stück günstiger als die X-On Space. Also hier die Variante mit dem kleineren Akku. Gibt es so aktuell für um die 60 Euro. Die mit dem größeren Akku 80 Euro. Und hier die Ausleuchtung. Und ja, ich denke dazu muss ich nicht viel sagen. Die ist, ich finde die Ausleuchtung einfach deutlich zu schmal bei dieser Lampe hier. Wem so eine schmale Ausleuchtung reicht, okay, ist sicher auch die 115 Pro hier von Design. Keine so schlechte Lampe. Ist auch, hat ein schönes Metallgehäuse. Schön kompakt. Gar nicht so eine schlechte Sache vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Sicher okay. Aber auch die ist, denke ich, keine Alternative zur X-On Space. So, dann will ich mal was zu einer Lampe sagen, die ich selber noch nicht getestet habe. Und die bei einem Vergleich mit der X-On Space aber auf keinen Fall fehlen darf. Und das ist von Lupine die SL Mono. Die ist ein Stück teurer als die X-On Space kostet, glaube ich, 185 Euro. Ist eine sehr schön kleine, kompakte Lampe und die wird vom Hersteller mit 700 Lumen beworben. Ist also mehr als die X-On Space. Nicht krass mehr, aber ja, doch schon ein bisschen. Ist die eine Alternative zur X-On Space? Kann ich euch natürlich nicht mit Sicherheit sagen, ohne sie selber getestet zu haben. Ein paar Ausleuchtungsfoto aus anderer Quelle habe ich auch schon gesehen. Scheint so, dass die SL Mono von der Ausleuchtungsbreite nicht übermäßig breit ausleuchtet. Also, ich würde jetzt mal drauf tippen, ein bisschen schmaler als die X-On Space. Muss nicht schlimm sein. Scheint mir allerdings zumindest auch relativ gleichmäßig auszuleuchten. Also ist bestimmt keine schlechte Sache. Die Akkulaufzeit bei der SL Mono scheint auch nicht so lang zu sein. Ich glaube, laut Hersteller zwei Stunden in der höchsten Stufe. Ob die SL Mono jetzt wirklich eine Alternative zur X-On Space ist, kann ich euch echt nicht abschließend beantworten. Ich denke, die hat Potenzial. Irgendwann werde ich die auch nochmal testen und kann euch dann genaueres sagen. Aber ich denke, das ist eine Lampe, wo ihr zumindest mal schauen könnt, ob die eine Option wäre statt der X-On Space. So, und dann habe ich hier noch eine Lampe. Die ist heute gerade mit einem Paket gekommen. Das ist von Lisein, eine relativ neue Lampe. Die heißt SuperS TVZO 600 Plus. Von der, da sie heute erst gekommen ist, kann ich euch leider kein Ausleuchtungsfoto zeigen. Da kommt auf alle Fälle in Zukunft noch ein genauerer Test. Da werde ich noch einiges machen. Also da lohnt es sich auch, den Kanal hier mal zu abonnieren, wenn ihr darüber noch was sehen wollt. Aber mein erster Eindruck ist so, ich war vorhin mal im Garten, habe mal beide Lampen ein bisschen verglichen. Mein erster Eindruck ist, die Lampe hat durchaus Potenzial. Die ist preislich auch ein Stück unter der X-On Space. Also die kostet hier so um die 100 Euro. Die X-On Space war ja 140 Euro ungefähr. Mir scheint es so, dass sie im Fernbereich ein bisschen schmaler ausleuchtet als die X-On Space. Insgesamt im Zentralbereich etwas helleres Leuchtfeld hat. Im Nahbereich ein ganzes Stück breiter ausleuchtet als die X-On Space und auch ein bisschen heller. Also das ist eine schöne Sache. Nachteil leider hat sie im Lichtkegel so zwei deutlich schlechter ausgeleuchtete Streifen. Also sowas in der Art hatte die X-On Space hier auch, aber hier bei der Lisein fällt es leider deutlich stärker auf. Aber ich denke ja, die Lisein 600 Plus hat Potenzial. Ob sie jetzt ähnlich gut oder besser ist als die X-On Space, ob sie eine Alternative ist, das kann ich noch nicht abschließend beantworten. Mal gucken, vielleicht ist sie das. Was die hier auch hat, ist ein richtig fetter Akku. Also der hat glaube ich 6600 mAh. Der von der X-On Space, wenn ich mich nicht täusche, müsste 5000 haben. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Also die hat hier auf jeden Fall auch in der höchsten Leuchtstufe durchaus eine relativ lange Akkulaufzeit. Länger als die X-On Space. Also schauen wir mal. Da werde ich in Zukunft nochmal gucken, ob die eine Alternative ist. Ja, ich hoffe dieses Video hat euch ein bisschen weitergeholfen, euch für oder gegen die X-On Space zu entscheiden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir natürlich gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft weiterhin guten Content über Fahrradbeleuchtung sehen wollt. Und ihr könnt gerne auch mal auf meiner Webseite fahrradbeleuchtung-info.de schauen. Da gibt es immer viele Testberichte, auch immer wieder neue. Auch die Ausleuchtungsfotos von ganz vielen Lampen gibt es dort, sodass ihr mal gut vergleichen könnt. Und schauen, welche Lampen wir ausleuchten. Gerne könnt ihr auch mal ein großes Vergleichsvideo über Akkufahrradbeleuchtung anschauen. Das ist hier eingeblendet. Da habe ich mal eine ganze Menge Akkufahrradlampen verglichen, sodass ihr eben wirklich mal schauen könnt, was gibt es so. Wie unterscheidet sich die Ausleuchtung und verschiedene Werte so. Also dann macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.